herzlich willkommen zu einer weiteren folge digital unterrichten mit h5p in der heutigen ausgabe möchte ich mal den content type drag and drop näher anschauen und wir beginnen wie immer mit dem endprodukt ich habe hier eine karte bayerns mit den regierungsbezirken und habe hier vier regierungsbezirke rechts abgelegt drei als bilder mit text und einer als reinen text und die aufgabe besteht jetzt darin den text beziehungsweise bildtext den passenden regierungsbezirken richtig zuzuordnen in der aufgabe ist es so dass ich zwei unterschiedliche möglichkeiten verbunden habe es gibt hier einmal die möglichkeit dass ich etwas ablege und etwas falsch ablegen kann beziehungsweise dass ich nichts falsch ablegen kann das ist je nach schwierigkeitsgrad anpassbar und wir machen jetzt einfach mal den weg hier durch und wie gesagt das geht jetzt hier nicht da kommt man dann drauf dass hier wohl der fehler liegt das kann ich um strukturieren und jetzt ist es auch hier passend im feld wir überprüfen das ganze und das passt so und jetzt schauen wir an wie wir so etwas verwirklichen können wir wählen jetzt zunächst einmal den content type aus das ist hier drag and drop und was wir als erstes machen wir geben dem ganzen einen titel und wählen dann das hintergrund bild aus auf dem die anderen elemente abgelegt werden sollen ich habe jetzt hier diese karte und diese karte hat eine bestimmte größe die ist in dem fall 1000 1000 auf 1000 und das gebe ich dann hier auch so ein bevor ich im nächsten schritt zu den aufgaben gehe wähle ich unter verhaltenseinstellungen auch schon mal aus wie das verhalten sein soll und hier habe ich ein paar wichtige einstellungen nämlich die ablage zone aufleuchten lassen das möchte ich eigentlich nicht deswegen sage ich nie und damit ist das schon mal für alle elemente festgelegt und ich kann jetzt nun hier auf aufgaben gehen es gibt jetzt hier verschiedene möglichkeiten also ich fange immer erst mal hier an eine ablage zone hinzuzufügen wo das element dann abgelegt werden soll und hier kann ich eine beschriftung machen ich möchte aber nicht dass die beschriftung gezeigt wird die hintergrundfarbe lasse ich jetzt hintergrund deckkraft lasse ich jetzt mal bei 100 und dann sieht man was passiert ich sehe ganz eindeutig hier dieses feld und das ist der bereich in dem dann mein element abgelegt werden kann da ich es ein bisschen schwieriger machen möchte gehe ich noch mal auf bearbeiten und gehe auf null deckkraft hier wichtig ist was soll dieser ablage zone enthalten sein hier soll nur ein element möglich sein kann natürlich drag and drop aufgaben geben wo man mehrere elemente ablegen kann dann sage ich mal fertig und dann erstelle ich noch eine zweite ablage zone oberpfalz 0 und dann gehen wir hier rein und dann noch die dritte so habe ich nun meine ablage zonen festgelegt und als nächstes kommen jetzt die elemente die abgelegt werden sollen ich kann hier einen einfachen text nehmen heißt ich habe den text und jetzt lege ich fest wohin dieser text überall gezogen werden kann das heißt aber noch nicht dass ich festlege was das richtige feld ist sondern ich sage nur jetzt einfach die möglichkeit ich kann das überall hin legen ich kann hier die hintergrund deckkraft ein bisschen transparenter machen und lege jetzt erst mal fertig fest und jetzt habe ich hier meinen schwaben den lege ich mal hier oben ab also dort wo ich das element hinlegt da bleibt es dann auch und jetzt weiß ich schwaben muss in dieses feld abgelegt werden das heißt ich wähle jetzt hier aus schwaben und jetzt innerhalb der drop zone erscheint korrektes element und da ist es dann nur schwaben das heißt also um richtig gewertet zu werden muss mein textelement schwaben hier auf schwaben landen ich nehme jetzt noch mal die von mir vorgefertigten bild elemente hinzu also ich will jetzt hier aus oberbayern auch oberbayern darf überall abgelegt werden alternativ text und hintergrund deckkraft lassen wir in dem fall 100 fertig ich nehme wieder mein element legs hier auf die seite und lege jetzt hier in der drop zone fest bild oberbayern muss hier landen hier darf nicht text schwaben landen und dann machen wir noch das dritte element hinzufügen und da haben wir hier die oberpfalz und auch das darf jetzt nur jetzt machen wir es mal anders nur in der oberpfalz abgelegt werden um dann im endergebnis zu sehen wo der unterschied ist fertig und text wird benötigt im moment muss ich eingeben ich lege die oberpfalz hier mit ab und gehe jetzt auf das feld und nur das eine richtige zulassen das ist in dem fall die oberpfalz habe ich alles fertig soweit gehe ich auf erstellen so und dann schauen wir uns mal an was wir machen können ich kann oberbayern nehmen und es nach schwaben legen ich kann schwaben nehmen und es in die oberpfalz legen aber ich kann jetzt nicht die oberpfalz nach oberbayern legen weil hier festgelegt dass die oberpfalz ist nur in der oberpfalz abzulegen wir machen das jetzt mal so da geht es dann und warum macht man so etwas man kann hier natürlich unterschiedliche schwierigkeit stufen einfach einstellen weil wenn element wieder rausgezogen wird automatisch stellen ja die schülerinnen und schüler fest da passt nicht hin und so kann man ein bisschen differenzieren umso schwieriger wird es natürlich wenn hier die möglichkeiten völlig frei sind so und nun überprüfen wir das ganze und wir sehen wir haben hier zwei falsch und hier eins richtig und gehen dann auf wiederholen und können das ganze dann noch mal natürlich auch richtig machen drag and drop ist eine schöne möglichkeit natürlich mit karten zu arbeiten aber man kann auch mit verfassungsschemata arbeiten und mit vielen anderen in der fremdsprache zu ordnung von begriffen zu bildern und so weiter und so fort und hier haben natürlich dann alle viel spaß damit ja ich hoffe es hat euch ihnen gefallen ihr habt wieder was entdecken können was man mit h5p machen kann wenn ihr keine folge versäumen wollt von meinen tutorials dann abonniert doch meinen kanal und bleibt mir gewogen bis zum nächsten mal